Zentral und gute Anbindung mit ÖV direkt in Zürich enge gelegen. Praxis für Eurythmie-Therapie. Die Therapie ist eine anerkannte Methode und die Kosten können von den Zusatzkassen rückerstattet werden. In der Heil-Eurythmie werden Klänge und Sprache bewusst eingesetzt, um so gezielt die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Die Beweggründe für Heil-Eurythmie können ganz unterschiedlich sein, ob zur allgemeinen Stabilisierung, Begleitung im Individuellen oder zur Unterstützung von existenziellen traumatischen Erfahrungen. Eine Heil-Eurythmie-Behandlung kann stehend, sitzend oder auch im Liegen ausgeführt werden. Die Heil-Eurythmie kann nach Vereinbarung in der Praxis stattfinden, wie auch bei einer Bewegungseingeschränktheit bei Ihnen zu Hause. Die Anwendung mit Kupfer ist eine Besonderheit in der Heil-Eurythmie. Die Berührung und Leuchtkraft von Kupfer löst eine wohltuende Entspannung auf der seelischen Ebene aus. Termine können online oder direkt in der Praxis gebucht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017